Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bianco den Evil und hier ist eure Jade, eure Animanis und wir machen uns auf und suchen das dritte Rennen. Ach, da haben wir es schon. Und ja, oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich wollte zum dritten Rennen. Ich dachte, es ging hier lang. Oh! Habe ich gerade eben eine Perle gefunden? Ich habe gerade eben aus Versehen eine Perle gefunden. Wie geil ist das denn? Ähm, ich wollte eigentlich zum dritten Rennen. Irgendwie finde ich das nicht. Ich bin zu blöd. Aber ich dachte, ich komme da hin, wenn ich ja super springe. Was ich auch eigentlich so getan habe. Jetzt bin ich nur noch mehr verwirrt. Jetzt bin ich irgendwelche komischen Gassen hier unterwegs. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich jetzt hin muss. Aber die Perle habe ich jetzt gefunden. Oh, da gibt es kein drittes Rennen. Und das war alles nur Gelaber. Was ist das? Ich bin verzweifelt. Hui. Hm, das ist komisch. Ei. Hey. Ähm. Joa. Da waren die an normalen Rennen. Aber das ist Rennen 1 und 2. Ich habe mir das aber nicht von den 3 Rennen erträumt, oder? Ich bin jetzt sehr verwirrt. Eigentlich geht es hier, wo ich jetzt genau hingucke, da geht es ja nicht mehr. Also da geht es noch so weiter. Aber hier nicht. Hier ist Sackgasse. Ich habe zwar eine Perle gefunden, aber irgendwie... Okay, dann ist das Rennen doch dort, wo die Schlachthäuser sind. Komisch. Naja, egal. Naja, egal. Ich habe das wohl nur... Ich dachte, das wäre halt logisch, wenn... Rennen 1 und 2 sind dort, also ist es Rennen 3 auch dort irgendwo. Und nicht da hinten. Aber andererseits macht es auch mehr Sinn, dass das Rennen dort hinten ist, wenn du eine Wand gibst, womit ich zum Schlachthaus kann, wenn das Schlachthaus hier ist und nicht in der Stadt. Naja. Also, kurz... Kurz und knackig. Animales war mir wieder dumm. Tabulator. Johnny, Double H. Nino konnte alte Pläne der Schlachthäuser runterladen. Anscheinend führt die dritte Strecke der Hovercraft-Meisterschaft direkt unter der Mauer her, die sie umgibt. Okay. Wir haben eine Öffnung in der Mauer entdeckt, die groß genug für ein Hovercraft zu sein scheint. Das ist Knorke. Naja. Dann, ich glaube, sie meinte das Loch hier. Ich weiß nicht, muss ich hier rein? Sieht recht einladend aus, also mach ich das einfach mal. Hiiii. Ah, ein 3 und 4. Da bin ich ja. Hui. Sieht sehr abgespaced aus hier. Irgendwie gefällt mir das nicht. Naja. Wir müssen nach der geheimen Passage suchen, wenn wir in die Schlachthäuser wollen, Miss Jane. Das heißt, ich darf kein Rennen fahren? Hm. Naja. Die Alten, die Schwachen und die Mäherinnen. Ich würde wirklich erstmal gerne das Rennen fahren. Wow. Feuer. Ich würde wirklich erstmal gerne das Rennen fahren und ein bisschen Geld oder eine Perle kriegen. Ah, Feuer ist weg. Und dann erst das Loch. Darf ich das? Ich mach das jetzt einfach so. Ich will eine Perle. Oh, ich bin nicht gut. Oh, wieder so diese coole Mucke. Okay. Ich will aber nicht. Ich will rennen. Ich mach jetzt aber mal rennen. Halle, halle. 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 Also ich kann mich hier schon mal ein bisschen umgucken, aber ich fahr da jetzt nicht irgendwo rein. Warum bin ich die sechste? Das ist doch scheiße. Fünfte, na. Fürze. Ey, die letzte Runde ist nicht wie die vierte. Kann ich die abschließen? Nee. Halle, halle, halle. Oh, Mist. Irgendwie hab ich jetzt das Gefühl, dass das nix wird. Oh, das ist doch blöd. Hallo. Oh nein. Oh, der Mond ist gerade. Turbo-Dinger, ich vergesse. Okay. Cool. Entschuldigung. Egal. Ihr wisst, was das bedeutet. Und zwar bedeutet das, dass ich jetzt... Ähm... Dass mich das dritte Rennen am Arsch lecken kann. Auf gut Deutsch. Und dann suche ich jetzt den Eingang. Ah, ja, 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 ja. Spulen wir mal vor, bis der losfährt, sonst dauert das jahrelang, ja. Ähm, wem macht's... Also wir sind jetzt auch gar nicht mal so schnell jetzt, sondern schnell nur rum. Und ich weiß nicht, wie soll ich jetzt klingeln? Guck mal, soll ich echt gucken? Also soll ich da oben vielleicht gucken, oder? Ich weiß nicht, ist das Schlachthaus links von mir, oder ist das rechts von mir, oder wo ist das? Ne, ich weiß auch nicht. Da war was von Mauer und einem Loch. Ah, da. Oder? Nein, ah, Mist. Das sieht aber so aus. Nicht mit Tempo. Ah, Mist. Holi, Holi, Holi. Holi, 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 Holi. Holi, Holi. Ich komm da nicht ran. Egal, ich guck, ich hab auch eine Runde. Aber ich komm, da sind los. Ah, jetzt. Juh. Huh, ich bin drin. Das ist auch ganz unauffällig, wenn da plötzlich ein Fahrer weg ist. Das alte Schlachthaus. Wir sind auf der richtigen Fährte. Hui. Wups. Hui. Hey. Lass mich durch. So. Hui. Hui. Oh Gott. Oh Gott, was geht denn hier ab? Wow. Warum sterbe ich? Oh mein Gott. Die Alpen. Oh mein Scheiße. Oh mein Gott. Aber wo muss ich denn lang? Einfach rein? Wie soll ich denn hier ausweichen? Ach so. Gar nicht. Okay. Wow. Wasser. Wow. 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 Alter. Ich stehe so unter Stress gerade, dass ich nicht mehr richtig reden kann. Wow. Wow. War das knapp. Deko. Ja. Was mache ich denn? Wow. Toll. Tolle Kanne rein. Und dann haben wir noch so ein paar von diesen Reparatur-Dingern. Oh, toll. Richtig gut animalen ist. Richtig gut. Komm weiter so. So. Wir sind toll. Oh. Oh Gott. Fast da. Äh, das wollte ich gar nicht. Carsten und Peters. Und Peters. Ach so, ich setze das Turbo-Ding ein. Ich dachte, ich heile mich gerade die ganze Zeit. Ähm. Oh, was ist das denn? Äh, irgendwas komisches. Bravo, Jade. Bravo. Okay. Torpedos, Miss Jane. Jo. Bin dabei. Ups. Ich hab alles unter Kontrolle. Irgendwie nicht. Die geht gar nicht kaputt. Du, du, du. Wow, der macht ja gar nichts. Toll. Aha. Coole Wachendinger. Die sind richtig gefährlich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig bin. Bin ich hier richtig? Wir werden niemals da durchkommen. Ich werde es mit einem Torpedo versuchen. Aber es geht irgendwie nicht. Hm. Okay, Leute. Ähm. Oh Gott, ich hoffe, ich hab nicht irgendwie... Ich muss jetzt nicht noch irgendwas kaufen oder sowas. Ähm. Ich mach mal an dieser Stelle Schluss. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal bei Beyond Good and Evil. Bis später.